hallo und herzlich willkommen zu der neuen folge cross out spaß bei der ansage habe ich eben beim reden noch ins mikro gefummelt und falls ihr euch wundert warum ich diesen schmutz nicht rausgeschnitten habe muss ich euch sagen mir zogen gerade klaren worum ich habe schnell die ansage gemacht und hat das mikro so grob gewischt und habe es umgemutet auf dem mute knopf was weiß gut gut aber wir haben erste runde geworden ist gut aus ich hoffe wir gewinnen wieder mein ketten berecht ist gut der hält gut feuer aus gefällt mir gerade feindliche schrothals leer gemacht noch gucken wie es laufen wird ja der scheiß hofer schießt der ich muss hinten in denkungen gehen dann gehen wir in die hügel oder das doofa uns nicht treffen kann weil die musik kommen werdet ihr getroffen wenn wir nicht getroffen eine base hat er mir nämlich eine verpasst da können wir doch hier in das haus gehen da können sie uns nicht treiben weil die müssen ja kommen wir müssen jetzt also hier vorne ist der hause die könnten sie im angriff platt machen aber im angriff können wir uns kriegen also haben wir gewonnen was immer hier sind aus risiko wobei der wasser mich irgendwie ich will den gern dran vorne da zwar nichts wichtiges getroffen aber es hat mich schon genervt dass er mich am anfang angeschossen hat ja jetzt sind sie ganz schön verteilt dann holen wir uns den oder einen hat er dabei ich weiß nicht die anderen vorher ich weiß nicht dass er nicht so gut ich weiß nicht dass er nicht so gut ich krieg's hässlich ich brenne schon scheiße okay da habe ich meinen arsch hingehalten der schiebt mich in dich rein jetzt ist aber in die wand gefahren er rächt mich bis dann tschau ach scheiße roji ist weg der hat ja den hat nur noch gesessen oh jawoll weil der hat den gut verrammt ach scheiße bestia hat's erwischt ja den wetland den hast du perfekt draußen scheiß von hier obwohl der ja so wen schreiber hat macht ihr den noch ganz schön problem obwohl der so kurz ist ja jawoll jetzt ja mann stark perfekt weiter gut gemacht ich weiß nicht haben wir unsere base ja der könnte eigentlich müsste er in unsere base wenn er weil der hat glaube ich auch nichts mehr sonst hätte ich angekriege naja sprengt sich jawohl stark was für uns ist 500 auf jeden assist 100 punkte ist ganz nett sein egal ein dann ist doch was german freimaur jeweils ist ja schon zickig die waren auch stark oder da kann ich mal ein hofer ich will mal ein hofer nehmen oh da hätte ich mal ein hofer nehmen können scheiße nein du hast uns im stichklasse hier haben deine weisheiten gebraucht ja aber vorhin haben wir ja die pox auch besiegt also zur not fährst du wieder weg die ganze zeit fährst du ja hab ich vorhin hat das funktioniert ja kriegen wir schon hin oh oh ja oh ja die sind ganz knapp an mir vorbeigerellt das ist gut dass ich einfach so drehen kann das ist halt witzig ach hier kommen sie eigentlich nicht hin ich weiß nicht ich glaube die belästigen rausche ganz schön wir müssen drauf oh scheiße ist der oben ich bin unten ich bin unten fort ist auch da ich schieb den fork weg ja nein ich habe auf der einen seite keine ketten mehr scheiße ich habe dem fork noch alles gegeben was ich hatte aber ich sitze jetzt ach das ist der fork spinne auch noch mein verdammt rausche jetzt nicht geschafft noch alle umzuprägen schade wir hatten den rot eigentlich voll umzingelt aber dann haben die pox uns halt extrem gegeben als sie mit dem waren als ich mal kette verloren hat war es aus das ist auch eine interessante taktik wenn der einfach mit dem schweren schrot reinfährt der hält ziemlich viel aus und dann gucken wir nach dem und die pox pocken und singeln uns dann haben sie ja schön gemacht die gollas ja jetzt jetzt hat das da aus ja ja ein pork eine ist schon ganz eine ist ganz vorne alleine auch ein pork ja dann kriegen wir den schon mal ein bisschen aber der hatte auch cups vor kaffee habe ich markiert und er kriegt von mir ich bin ein mit dem okay ja ich bin ein mit dem das ist schon mal klar ich bin ein mit dem ich bin ein mit dem Schrot kommt zu mir. Ist einer hier hinten. Ah, ich bin weggekommen. Gut. Ich habe mir Schaden gemacht. Mist. Nein, jetzt ist der Schrot hier bei mir. Fuck. Oh Gott. Oh, der Schrot ist nervig. Der Muster habe ich schon ordentlich gegeben, aber ich hänge jetzt auch um zu sehen. Nein, der Schrot ist hinter mir. Ich war so schön und dann hast du jetzt dran. Fuck. Der verkackte Schrot. Ich bin tot. Das sind tausende Gelb, wo ich den Schrot noch gebe. Aber Achtung, pass auf. Frau Schi, der Schrot wird irgendwann wieder kommen. Der. Ja. Mist. Der Schrot, der war so nervig. Der hat mich auch immer mal von hinten angeschossen, wenn ich ihn da beschäftigt war und ist weggefahren. Mist, vielleicht hat er dich auch mies mit dem Rammer getroffen. Ja. Fahr in die andere Richtung weg. Hier schneidet er die. Ohne. Jetzt lässt er mit ihm immerhin allein. Ach, scheiße. Geheimt. Ja, ich hatte ihm ganz gut Schaden gemacht, aber... Wenn er so... Mist. Schade. Ah. Ja, wir hätten den Schrot einfach ein bisschen fokussieren müssen, sodass der immer mal mehr abkriegt. Ja, der Mastodon hat halt immer auf dich und ich hab immer seitlich auf die Mastodon. Und dann ist der bestimmt dreimal so kurz an mich dran, der Schrot. Und hat mir immer so ein bisschen was rausgeschossen. Und bei der vierten Tage, wo ich wieder an der Mastow war, ist der von hinten, hat mich umgeräumt und plattgeschossen. Wer war der erst längste, der scheiß Schrot war? Ja, du kannst dich halt auch mit dem Helios Ding nicht von der Mastodon wegdrehen, gell? Wenn du dem nachzeigst, ist es auch vorbei. Ja, so. War tragisch einfach. Naja. Er hat auch gequalmt, die Mastodon war tot. Es war nicht so, dass wir jetzt super krass ohne gegangen sind. Es war einfach so, dass es mir halt Sturmsinn gab. Oh, das war ja lustig. For you. Darf man mal an Hoover? Nein, darf man nicht. Oh, doch, Hoover wäre geil gewesen. Ui. Ja, kommt vorhin was. als wir zu lange gewartet haben, haben die Porks uns umzingelt, dann müssen wir direkt drauf und vielleicht einen Tod rammen und dann, also ich zumindest, vielleicht kriege ich einen tot gerammt. Das Problem ist, wenn ich beim Warten zu viele Porks einstecke, dann fällt meine Karre dann auch auseinander, wenn ich dann drauf fahr. Und schon, ja, das Fahrwerk bricht halt auch irgendwann weg dann. Wenn ich zu viele Porks abgehe irgendwann, verliere ich halt auch ein bisschen Fahrwerksteile. Ich habe zwar mehrere, die können einzeln abfallen. Oh, oh scheiße, der Turm. Ich hoffe, ich komme noch durch. Nicht anhalten. Ich bin durch. Warum habt ihr alle umgedreht? Also bisher jagen sie mich nur alle und ich bin noch nicht getroffen worden, aber ihr müsstet vielleicht kommen. Ich habe nur den Feuer an mir dran bisher. Der hat mir jetzt aber ein ganz schönes Loch reingebrannt. Aber da könnten Firebox funken über den. Hallo, Dodo. Oh, jetzt bin ich tot. Schaut mal, ey. Wenn wir draufgehen, dann müssen wir doch einfach nicht anhalten. Der Turm muss anspornend sein, noch schneller zu fahren. Schaut mal, der hat schön gebrannt. Na ja. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, das schaffe ich. Ich habe es mit der Spinne auch. Schaffe ich es auch immer, wenn der... Ja. Ja, das dauert. Wir waren ja schon da vorher. Keine Angst, wie gesagt, der Turm muss euch motivieren, einfach schneller zu fahren. Nicht umzudrehen, ne? Weil im schlimmsten Fall wären wir jetzt alle vom Turm erschlagen worden, weil ihr seid so rum und ich wäre euch fast reingecrasht. Weil ich nur kurz hinter euch war und dann wären wir alle direkt gestorben. Ich habe so witzig gewesen, ne? Wie sie mich alle gejagt und die Verfolgungsjagd. Aber als sie mich nur nicht tot hörten und dann die Kavalerie in den Horizont kam, habe ich gedacht, wir schauen was. Boah, das sind ja viele Porks. Also die Mitte ist für den Arsch. Ja. Waren es nicht sogar drei Porks und ein Feuer? Also 16 Porks? Ach so. Oh, oh. Mist, ein Porks auch. Oh, Pork gibt mir den Rücken jetzt. Oh, ich hätte mich nicht zum Feuer umdrehen dürfen da. Shit. Ich habe mich gedreht und wollte dem Rausch wieder beim Feuer helfen, dann ist der Pork einfach von denen gekommen. Und Rausch lebt sogar noch. Äh, Rausch, du musst sie jetzt alle umdrehen. Weißt, die machen erst den Bestion weiter, bevor sie sich dem Rausch zuwenden. Shit. Ich bin tragisch. Tragik. Ich bin tragisch. Tragik. Kring. Hatte man die schon, Kring? Naja, wenn man es nicht kennt, sind es auch wieder so locker am Fein ist, oder? Das gehört doch zum guten Ton im Zweifelsfall. Ja, sicher. Oh, da wäre das die Panischpinne cooler gewesen, um die zu entwaffnen. Weil ich bin jetzt der einzige Schrot, oder? Ja, ja. Wenn sie schlau sind, fahren sie zu zweit auf mich. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen entwaffnet. Aber, ja. Ich hoffe, ich werde nicht gleich in die Zange genommen und stirbe dann, ja. Aber dann sterbe ich ehrenhaft, wenn ich noch einen entwaffnet kriege bei vier Schrotgegner. Aber wahrscheinlich fahren sie schnell zu mir, schießen mich leer und dann holen sie euch. Ja, fahren wir direkt rauf, vielleicht überraschen wir sie dann auch. Oh, jetzt sind zwei bei mir. Egal, mach den einen tot. Oh, ich habe schon eine raus. Ah, ich bin leer, aber ich habe den bisschen eingeklemmt. Ah, Mist, der kommt weg. Ich kann nicht. Jawohl, aber es sind nur noch zwei und ihr lebt noch, jawohl. Waren die zwei doch zu lang mit mir beschäftigt. Ich habe zwar wieder wenig Punkte für den armen. nur SUV, aber was weiß ich. Ich versuch's, weil der fährt da sonst nicht. Ich gucke, wie ich in die Base reinfahre an euch. Hier ein Spaßglas. Fahr mal in die Base, dass er kommen muss. Dann kann ich ihn da entweder wegrammen oder wir kriegen ihn da eingeklemmt. Aber wenn man hier so hinterherfahren, alle einzeln ist. Schwierig. Bestia hat noch was, oder? Ich habe auch nichts mehr. Fahr du erst mal weg von ihm. Fahr du weg und Rogi und ich fahren in die Base. Und dann, wenn er hier mit mir beschäftigt ist, fährst du hinter dran. Aber komm du noch nicht, bleib du erst mal weg von ihm. Das ist der einzige Mitwaffe. Jetzt muss er nämlich in die Base kommen. So und... Ja, jetzt ist er hier beim Rauschen. Ja, jetzt kannst du vielleicht da neben dran. Ist er fährt da vorbei. Jetzt hängt er. Ja, Kabine, Kabine, Kabine. Ja, die Waffe kriegt man auch nicht so richtig gut. Ich sterbe auch immer, wenn die mit... Ja, versucht sie immer zu zweit zu brennen. Ich fahr einfach rein und hoffe, dass zwei von denen erstmal mit mir beschäftigt sind. Das ist scheißegal, wenn ich die Waffen hauptsache verputze. Obwohl der Rogi hat. Porki jetzt. Dann gehen wir über die Brücke, oder? Vor... Richtung Base. Rogi vor, ich fahr hinterher. Und dann gehen wir Richtung Base. Okay, ich hab's ein bisschen weggeschoben. Jetzt sind sie bei mir alle. Sehr gut, Rogi, mach die Feuerwalze. Die werden mich entwaffnen, das ist... Ja, die haben mich schon entwaffnet, scheiße. Nein! Fuck, ich hab auf der einen Seite keine Kette mehr, ey. Scheiße. Ja, gegen so viel Schrote als einziger Schrote macht's keinen Sinn. Ich muss die Pfanne spinnen und nehmen. Die kriegen mich so schnell leer, wenn die... Ja, dann halt ich mir die Spinne. Dann müssen sie doch nämlich deutlich länger auf mich schießen, wenn ich die Panikspinne hab. Und derzeit müsstet ihr... Folgen können. Ja, das Eintrot, das bringt nichts. Die Pfannen kurz... Wie eben, die von Amazon hier vorbei schießen mich einfach leer und dann... Ja... Die können sie dann nur ein bisschen verfallen... Aber es hat auch nicht... Erst drunter hat's noch einigermaßen geklappt. Ist aufgerechnet. Hm. Und eine... eine nach vorne, eine nach hinten vorken und... Können nix machen dann. Ach du, lass mich noch durch. Ach du, lass mich noch durch. Oh, Mist. Den anderen krieg ich, glaub ich, leer geschossen. Okay, den einen hab ich tot. Nein, ich bin umgefallen. Ist einer hier. Aber es sind schon zwei tot. Schaut mal. Der da muss gleich leer sein, Roger. Von mir so hässlich. Von mir. So der ist auch gleich leer. Einer hat der noch. Jawohl, der ist auch leer und ne Walde brinnten sowieso ab. Das war gut. Was? Nicht mal draußen? Ach man, wie soll ich das jetzt... Was eigentlich mal... ich hab sie dir doch serviert dafür gewonnen ist gewonnen was soll es drauf gewonnen vielen dank fürs zuschauen ihr wissen blem gesund und ganz viel kurs aus spaß